Hallo meine Freunde, heute werde ich alles machen, was meine Eltern verbieten. Ja! Hallo Leute, ich bin Sveonin und jetzt kommt zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute haben wir mal wieder keinen Special Gäst dabei und zwar die Luft. Und heute werden wir alles machen, was Eltern verbieten. Heute bin ich auch 24 Stunden allein zu Hause, deswegen kann ich alles machen, was ich will. Also als allererstes würde ich mal sagen, für den Start werde ich erstmal auf den Sofa rumspielen. Hier haben wir ein ganz neues Sofa. Hoppe, hoppe, weiter, wenn er fällt, dann freitag. Leute, das macht richtig Spaß. Ich würde nur sagen, wir kommen jetzt erstmal zur nächsten Sache. So Leute, was meine Mutter auch niemals erlauben würde, zum Beispiel schaut euch mal den Kühlschrank an. Alles voller Gemüse. Aber das ist heute Tabu, heute nur Süßigkeiten. Ich weiß nur, dass Süßigkeiten ein Versteck ist, wo ich meine Mutter bestioniert habe. Aber sie hat ein Süßigkeitenversteck herausgefunden. Das war dort im Zimmer. Aber ich will mal sagen, oh, Robi und Donut. Hallo Tabi, die Götz. Oh. Ey Leute, ich will mal sagen, ich esse jetzt ein bisschen. Ich gehe jetzt erstmal hier am Tisch. So. Ey Leute, das dürfte ich niemals essen. Ich muss total die Diät machen. So Leute, ich gehe jetzt erstmal noch eine Runde zocken am Pizze. So Leute, ich würde mal sagen, ich werde jetzt erstmal ein bisschen Deutschrap. Ey Leute, hier ein bisschen Spättierantaktiven. Ich würde mal sagen, ey Leute, meine Mutter würde euch niemals erlauben. Ey, ich sag's euch, die sagt immer dabei, dass man Blöde im Blödsang holt. Oh, ich bin viel zu klein dafür. Ey Leute, sowas dürfte ich niemals hören. Da kriege ich richtig Ärger bei. So Leute, ich habe jetzt erstmal genug Mucke gehört. Deswegen, ich gehe jetzt erstmal irgendwas anderes machen. So Leute, ich zack jetzt erstmal meinen silbernen Playbutton. Das ist zwar auf Englisch, aber ich lese es euch davor. Lieber Leontien, du Fettsack, du isst viel zu viele Süßigkeiten. Deswegen haben wir hier den Playbutton für 100.000 Abonnenten geschenkt. Danke YouTube! So Leute, ich packe jetzt erstmal hier meinen Playbutton aus. Und Leute, ich muss recht vorsichtig damit sein. Leute, ich bin so stolz auf den. Danke nochmal für die 100.000 Subskribers. Boah Leute, schaut mal, hier steht sogar drauf. Präsent zu Leontien für Dicksai 100.000 Subskribers. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr den haben sollt. So Leute, ich gucke gerade auf den Screen von Aisho Speed und Nadal Dindaui. Aisho Speed ist einfach gerade in Berlin. Leute, das ist krass. Eigentlich darf ich das gar nicht gucken, weil für Internetverbot... Ey, umschliederholz. Ey, das ist so krass. Nadal Dindaui, genau der hier. Der trifft so krasse Leute. Schreibt mal in die Kommentare, ob kein Leontien auch mal Aisho Speed treffen soll. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr den hier kennt. Den hier habe ich auch schon getroffen. Aber der hier, der hier, den noch nicht. Leute, jetzt kann ich auch was, was ich niemals in der Wohnung machen gebürzt kann. Ich kann nicht mal in der Wohnung schießen. Weil ich spiele. Und das macht richtig Spaß. Ich mach jetzt erstmal Tor auf. Oh, ich hab noch Angst, dass ich noch Erde kriege. Und das macht die Öle kaputt. Und das macht die Mühe kaputt. Ey Leute, was ich auch niemals machen darf, ich würde mal sagen, ich werde jetzt immer dieses Helikopter nennen. Mann! Oh mein Gott, ich will anfassen, den Fernsehgeraum. Ey, ich hatte gerade so Angst. So Leute, ich lasse das Ding jetzt erstmal. Ich würde mal sagen, ich habe mir ein richtig krasses Motorrad bestellt. Ich gucke jetzt erstmal, ob das schon da ist. Jetzt habe ich mal was richtig krasses bestellt. Einfach mal Motorpost ab 18 bestellt. Ey Leute, das ist so krass. Ey, meine Eltern lieben das niemals. Zum Beispiel mein Vater. Ey, da würde ich mich umbringen. Und ich sag's euch. Wenn ihr euch klären, wie ein Glück ist, würde ich sagen. Ich würde mal sagen, ich mache das jetzt eigentlich auch dann Serious. Alter Leute, ich habe so viel Geld dafür ausgegeben. Eigentlich darf ich das gar nicht. Weil ich habe ja noch gar keine Geburtstag. Deswegen würde ich mal sagen, quatschen wir nicht so lange. Und machen das jetzt auch. So Leute, ich kriege das ja eigentlich gar nicht mal alles aufgebaut. Denn würde ich mal sagen, ich würde erst mal machen. Ey, machen, machen, machen. Moin, Ninti, was geht? Was ist klar bei dir? Warte mal. Warum soll ich jetzt die Kamera halten? Was machen wir denn jetzt? Ähm, kannst du mir bitte helfen, den Motorrad aufzubauen? Ne. Doch. Boah, das ist ab 18, das darfst du nicht. Doch. Nein. Ey, warte mal, was machst du denn für ein Video? Ich mache halt alles fürs Eltern verdienen. Ne. Ey, ich habe keinen Bock. Digga, ich kriege immer Ärger mit deiner Mutter und so. Ich habe da keinen Lust drauf. Machst du es jetzt oder nicht? Ja, okay. Digga. Ja, gut, halt hier. Ich packe es aus. Mann. Ey, Digga, ich kriege immer Ärger wegen dir. Ja. Ja, ständig. Überall. Oh, du kriegst noch richtig Ärger. Ist doch egal. Hauptsache ich habe Spaß. Ja, und ich kriege Ärger wegen dir. Ach komm, du schaffst das schon. Digga, was ist das für ein Klotz hier? Sind wir Freunde? Ey, ich kriege nur Ärger wegen dir den ganzen Tag. Ah, nein, ist doch egal. Ja, in Dubai sind wir schon mit dir nicht mehr nach Hause gekommen. Es war nicht wegen dir. Ja, natürlich, ja. Also du hast noch den Post verloren. Leute, wir bauen das jetzt auf. Wir sehen uns gleich. So Leute, ich habe also das ganze Ding zusammengebaut. Leontir meint, der zieht sich jetzt erstmal um. Was ist mit dir los? Ja, ich mache zwar alles, was meine Eltern verbieten, aber ich will trotzdem noch, dass meine Knochen heile bleiben. Ja gut, verstehe ich, ey. Ich habe hier gerade fünf Stunden gebraucht, dieses Teil aufzubauen, Leute. Ist jetzt richtig fertig. Wir machen jetzt gleich erstmal den Startversuch. Ist richtig nice, das Teil. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Wollen wir nicht mal Benzin reinmachen? Ja, machen wir jetzt. So Leute, Leontir hat jetzt seine Ausrüstung an. Jetzt geht es los, direkt die erste Fahrt. Ja, warte, mache ich. So Leute, Leontir fährt jetzt. Boah, die ersten Meter. Oh, hey. Let's go, Leute. So, Leontir, jetzt geh mal Gast hier, ne? Fahr mal. Let's go, Leute. Alter, wie gesagt, wir dürfen hier fahren, jetzt ist alles abgesperrt. Und wie ist es? Ich fahr. Ja, dann fahr mal weiter, muss da reingefahren werden, ne? Geh mal Gast hier. So Leute, wir sind jetzt mit dem Rotorradfahren schon fertig. Digga, jetzt sind wir gerade bei McDonalds. Essen schön Nuggets. Und Burger Pommes. Hm. Und das, der in den Mund habt, ist, dass sie jetzt noch McDonalds isst. Um die Uhrzeit. Ich glaube, wenn die bis hierhin geguckt hat, braucht sie gar nicht mehr schauen. Mach mal erstmal den Mund richtig leer hier. Was ist das denn? Du machst da alle Stücke rein. Das ist ja voll ekelig, ey. Hallo, den Mund leermann. Er ist leer. Nein, ist er nicht. Kirschick, probier mal. Kann ich auch mal so trinken. Hm. Hm. Was? Du rüstest jetzt nicht mehr. Der Mund ist nicht leer. Gib mal den Cheeseburger her, den du da noch hast. Hm. Jetzt mach ich erstmal Burger Pommes. Ja, ich weiß. Hm. Boah. Ist das lecker. Aber warum nicht? Mhm. Welches in den Mund ist richtig lecker, ey. Die sind richtig bunt. Ja. Boah. Ey, ich verzahle die und hin. Scheiße, meine Mutter hat schon fünfmal geschrieben. Oh, oh. Du triffst Ärger, sag ich dir. Elin, ich glaub, die ist das richtig sauer, ne? Ich glaub, die weiß, dass du abgehauen musst. Du hast ja heute eigentlich, was du machst, ne? Ey, Leute, ich würde sagen. Schreib mir jetzt in die Kommentare, was wir jetzt machen wollen. Warum? Ich bin nicht zu lustig. Ey, ne. Ich will nicht, dass du wieder bei dir wohnst. Ja, okay. Schreib mir in die Kommentare, was wir jetzt machen wollen. So, Leute, ich will mal sagen. Das war's jetzt erstmal mit dem Video. Lasst mal einen Daumen. Dann kommst du uns nochmal. Und tschau tschau.